In einem kleinen Dorf, abgeschieden von der Hektik der Großstädte, wurde ein junger Waisenmann namens Elias geboren. Seine Eltern waren arm, aber glücklich und sorgten liebevoll für ihn, solange sie konnten. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Als Elias gerade einmal fünf Jahre alt war, wurde seine Familie von einem tragischen Verkehrsunfall heimgesucht. Seine Eltern wurden aus dem Leben gerissen und er blieb allein zurück. Verzweifelt und traurig fand er sich plötzlich in der Obhut seines Großvaters, ein weiser und sanfter Mann namens Anton. Anton war zwar alt an Jahren, aber jung im Geiste. Er liebte Elias, als wäre er sein eigener Sohn, und obwohl er nicht viel besaß, gab er ihm alles, was er hatte, Liebe, Wissen und Geborgenheit. Gemeinsam durchlebten sie die Höhen und Tiefen des Lebens. Elias lernte von seinem Großvater nicht nur die Grundlagen des Überlebens, sondern auch die Wichtigkeit von Werten, wie Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Fleiß. Die Jahre vergingen und Elias wuchs heran. Er arbeitete hart, um seine Bildung fortzusetzen, denn sein Großvater hatte ihm eingeschärft, dass Wissen der Schlüssel zu einer besseren Zukunft sei. Mit der Zeit begann Elias unerschütterlicher Einsatz, Früchte zu tragen. Er erlangte akademische Erfolge, während er gleichzeitig seine Gemeinschaft unterstützte, wann immer er konnte. Elias hegte jedoch einen Traum, den er für sich behielt. Er wollte sein Dorf aus der Armut erheben und seinen Mitmenschen bessere Möglichkeiten bieten. Er wusste, dass dies ein steiniger Weg sein würde, aber er war fest entschlossen, alles dafür zu tun. So begann er, seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu nutzen, um Geschäftsgelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Mit Hartnäckigkeit und Entschlossenheit gelang es Elias, ein Unternehmen aufzubauen. Er setzte sein Erbe von Weisheit und Liebe ein, um erfolgreich zu sein, ohne dabei die Werte, die sein Großvater ihm beigebracht hatte, zu vergessen. Mit der Zeit wurde sein Unternehmen florierend und brachte Wohlstand nicht nur ihm selbst, sondern auch seiner Gemeinschaft. Elias vergaß nie, wo er herkam. Als er sich auf dem Gipfel des Erfolgs befand, investierte er in Bildungseinrichtungen, soziale Programme und Infrastrukturprojekte in seinem Dorf. Er schuf Arbeitsplätze, unterstützte die Bedürftigen und setzte sich für das Wohl seiner Mitmenschen ein. Seine Geschichte wurde zur Inspiration für viele, die sahen wie ein junger Waisenmann, der aus bescheidenen Anfängen kam, zum Wohlstand und zur Großzügigkeit fähig war. Elias' Großvater Anton schaute stolz von oben herab auf seinen Enkel und lächelte. Er hatte immer gewusst, dass Elias etwas Besonderes war, und nun sah er, wie sich sein Erbe fortsetzte. Die Geschichte von Elias erinnert uns daran, dass Hindernisse und Verluste uns nicht aufhalten müssen, sondern dass wir die Macht haben, unser Schicksal zu formen und Gutes in der Welt zu bewirken. Wir haben nun das Ende von Elias' Geschichte erreicht und erfahren, wie er es geschafft hat, aus der Armut in den Reichtum aufzusteigen. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Kommentar und denke daran, den Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir freuen uns auch darauf, dir bald eine weitere fesselnde Geschichte präsentieren zu können. Wir freuen uns auch auf den Kanal, wenn du siehst, 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 wenn du sie